Zivilist aus Norden, rennt direkt auf uns zu jetzt, ne jetzt dreh da ab. Alter. Hm? Ruckel. War ziemlich eich. Müssen weiter vor. Jo. Wollang? Mach mal ein Scaldi. Hm. Ähm... Bla bla bla. Was würdest du sagen, Fireball? Die Position ist scheiße, würd ich sagen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Wir haben noch einen Feind im südlichen Gebäude, groß, mit vielen Fenstern. Das ist genau, was es ist. Äh, Feuerwache. Im ersten Stock. Ich glaub ich rechte Seite vom Gebäude, müssen wir mal gucken. Und den brauchen wir auf jeden Fall, äh, müssen wir in Sicht verhalten. Dann haben wir noch einen im... ...200 Metern Nordosten. Okay, der ist erst so stark. Hier wollen wir auf jeden Fall sprechen. Wir können maximal zwei Leute vorschicken. Wohin würdest du die zwei Leute schicken? Äh... Wie viel Grad? Einmal 90 Grad ins übernächste Gebäude über der nächsten Straße. Und die anderen zwei ins, äh, südliche Gebäude rein klären lassen. Und die anderen zwei hier bleiben. Dann ist einer aber alleine. Richtig. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, dass einer hier bleibt. Der Doc bleibt hier. So verstanden. Dann geht's. Skydiver. Du gehst mit Fireball. Und ich und Alan sichern die Feuerwache. So verstanden. Ist das die Feuerwache hier? Südlich. Bitte? Die Feuerwache ist südlich, ne? Ja, ja, genau. Dann machen wir süden und ihr macht das, äh, übernächste Gebäude da. Gut. Wir gehen aber, äh, südlich über die Straße. An der Straße. Dann ist mir sicherer wie jetzt der Hinterhof hier. Alles klar. Gut. Bitte. Also erstmal die Straße überqueren und dann voraus in das nächste Gebäude mit dem neben der Feuerwache dann. Also links neben der Feuerwache. Richtig? Folg einfach Fireball. Alles klar. Einfacher. Jetzt nochmal zu klein. Okay. Äh, Alan, wir springen über zur Feuerwache. Mhm. 2, 2, 1, go. Zieh, zieh, zieh. Ja, man, aaah. Sehr gutes Zeichen. Okay. Er ist mir selbst geschossen. Ja. Okay, folgst du mir? Sauber. Jawoll. Pass auf Rückraum auf. Waffe ist mir im Anschlag. Alles klar. Okay. Raum sauber, ja. Du läufst immer ein bisschen versetzt vor mir, ja? Alles klar. Mein Gott, sind hier viele. Die auch negativ. Das ist dieses Gebäude, wo wir rein wollen, aber ich vermute, feind. Okay, der Flügel ist sauber. Ich sag mir, wenn du das röst. Ich decke deinen Rücken. Was für ein Intro? Fireball-Status. Wir sind auf grün. Dock-Status. Und los. Nein, nein, nein. Alles klar. Wir stehen irgendwo unter Beschuss von gegenüber euch? Wir stehen irgendwo unter Beschuss von gegenüber euch? Wir stehen irgendwo unter Beschuss von gegenüber euch? Du bist getroffen. Ja, es ist wurscht. Ah, nein, nein. Weiter, weiter, weiter. Renn weiter, renn weiter. Auf, wo, 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 wo. Hier rein? Ja. Ah, ich seh noch. Okay, okay. Na, lass uns das erste Geschoss clearen. Weiter, weiter rein. Okay, ja, ja. Ich wollte nur gucken, ob du zurückbleibst oder nicht. Er hat geschossen sich hier. Ah, 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 ah. Der da. Wir gehen raus. Alles klar. Ja. Ich. Wir haben das Gebäude erreicht. Ich muss mich noch verarzen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Direkt euch. So verstanden. Warte, bleib im Deckung, bleib im Deckung. Wir sind zum ersten Obergeschoss. Geh von hinten ran. Jawoll, ist tot. Erster Stock ist vier gegen den zweiten. Oh, wie viele sind denn hier drin? Äh, Ellen, hast du noch ein bisschen für Mannes Zeug für mich? Moment, ich probier. Ich hab keine Bandagen mehr scheiße. Zweiter Stock und Dach ist sauber. Ja, Bandagen hab ich noch. Okay, später. Danke. Jawoll. Okay, dann komm wieder runter. Du blutest noch. Du blutest noch, ja. Moment, ich bleib bohren. Ja. Nein, noch nicht. Warte. Am Ende. So, warte mal. Ich check dich mal durch. Nee, die Tür kriegt noch hier im Gang. Stark Schmerz. Ich geb die Morphium. Ja, rein. Wow, wow. Wow, wow, da ist noch einer drin. Wir geben die Tür auf. Die Tür können wir gar nicht aufmachen, aber da ist einer drin. Okay, hier. Wir haben ein Mercury Pack, ja, ne? Ja. Ja. Ja, ich seh ihn. Aber, okay. Dann soll der da doch vergammeln. Ja, gut. Dann. Äh, nee. Nächstes, nächstes Stockwerk. Ja, genau, genau, okay. Ich pack grad noch meine Sanie-Ausrüstung. Wie viel hab ich noch? Ja, sauber. Hier noch 10 Bandage, Morphium, 5 EC. Ja, ja. Und Medipack ist bei Soldat. Also Medipack ist ganz nah an der Grenze. Also nur noch zwei Behandlungen. Sehr gut. Hier links. Ähm, wir schaffen oben aus. Wir haben bessere Sicht, ja, ne? Ähm, ja. Wir haben ein ganzes Dach. Ist der von Urlaub? Ja, genau. Ein Balkon auf erstes Stock und ein Dach zweites Stock. Terrasse sauber. Okay, dann gehst du mit deinem Visier mal auf den Stock oben raus und ich geh hier raus. Ja. Äh, Feuerwache geklärt. Status, die anderen. Und Doc, grün. Fireball? Ja, bei uns alles gut. Wir beziehen uns erst mal Stellung und schauen was uns. Äh, Alan, kommst du runter? Ja. Äh, Alan und ich kommen jetzt wieder zu dir, Doc. Äh, ne, ich bin schon weiter. Ja, ich würd auch eher dazu tendieren, dass ihr zu uns grün bekommt. Na, ich krieg drüber, ne? Positiv. Okay, ich hab hier einen Kontakt auf 060, hab ich gesehen, Feuer öffnet. Ja, nicht quatschen, ausschalten. Okay, bist du da? Äh, Bombe? Ist jemand zum Schaden gekommen? Ja, ja. Die Straße runter, die Straße runter, hinten. Tango down. Linke Seite, Straße unten. Ja, ich glaub, die Kontakte sind im Norden, ja. Kommst du? Ja, ja. Also im Osten, äh, im Osten konnte ich jetzt nichts ausmachen. Bin hier, ich bin hier, nehm dir, links, links, links. Okay, dann... Ah, okay. Na, rauf zu der Tür und dann Richtung Norden. Verstanden? Ja. Und... Also unten draus oder auf dem, aufs Dach, meinst du? Ne, hier, doch. Ich seh, äh, vor der Moschee, ein kleiner militärischer Komplex mit Aussichtstürmen. Bei Beschuss wieder rein. Alles klar. Jo, positiv. Ich hab, äh, hier so'n kleinen... Hopp, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Sorry, 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 sorry. Äh, sind, ist wahrscheinlich die FOB, oder? Beschuss aus Norden. Check. Ja, die FOB hab ich direkt in sich. Wir sind, wir sind... Achtung, nicht erschrecken, wir sind im Haus bei euch. Also Beschuss aus... Beschuss aus Norden, ich konnt's nicht sehen, wo genau. Okay. Fireball, ne Idee fürs weitere Vorgehen? Noch nicht. Wir sind ja fast da. Irgendwo hab ich noch Schütze. Wo? Wo? Zurück, zurück? Ich weiß aber nicht von wo. Scheiße. Äh, so verstanden, Fireball ist down. Kannst du ihn ziehen von hier? Positiv. Direkt rechts in Norden, das große Gebäude. Hier oben sitzt einer hinter der Mauer. Äh, bei uns, bei mir und Sky... Skydiver. Oben im Haus. Könnt ihr euch um ihn kümmern? Positiv. Jo, schmeiß mal rein hier, ich bin grad aufgewacht. Ja, versuch mal den zu verarzen, ich hab kaum noch Medi-Zeug. Ja, ich auch, ich hab nur noch zwei Medi-Kids. Ehh, einen hätte Schütze noch im Dach. Okay. Warte, ich geb dir wenigstens schon mal einen Medi-Kit und Morphium. Morphium hab ich noch. Aber Medi-Kids nur noch für zwei Behandlungen. Vorsitzender, Fireball? Bitte? Okay. Noch da? Jaja, ich bin noch da. Okay. Hat einen ne Bandage für Fireball? Ja, hab ich. Okay, dann bandagier ihn bitte. Fireball, kannst du aufstehen? Okay. Bist wieder trocken. War nicht ganz schmerzfrei, aber ich bin trocken. Ja, Morphium hätt ich noch für dich. Ja, schmeiß rein. Moment jetzt, wo bist du hin? Unter die Treppe, unterhalb der Treppe. Okay, komm mal. Die Jungs noch da? Sehr gut. Positiv. Sind soweit wieder grün, soweit es geht. Du bist nicht mehr... Alles klar. Müsste jetzt wieder alles klar sein. Danke. Okay. Ja. Okay. Ne, keine 100 Meter nur noch. Wo geht Doc denn lang, ey? Der macht hier einen richtigen Solo, ey. Mhm. Oh, da sind keine Fenster wieder drin, ne? Ne, natürlich nicht, würde ja Sinn machen. Hm, machen wir runter. Okay. Okay. Wir müssen unbedingt Richtung Osten und Norden gucken können. Ja. Ja, okay. Okay. Also würdest du an der Straße von der Moschee aus lang gehen? Also die Hauptstraße entlang und dann links rein? Ist zwar scheiße jetzt, aber... Ja. Würde ich machen. Und zwar genau jetzt. Okay. Doc, bist du da? Ja, ich bin im Haus, ja. Ja, so schnell wie wir mich aufschließen... Ja, los. Los, rennen. Ich markiere ihm das, wo wir sind. Ich bin direkt nördlich von euch beim nächsten Gebäude. Ja, nächstes Ziel ist markiert auf eine Karte, wo wir uns treffen. Alles klar. Aber behalt erst noch Stellung, wir sichern die Häuser. Ja, check. Tango down. Boah. Hat einer von euch die Rauchgranate geschmissen? Hm. Und doch selbst nachgegriffen. Wer schießt da die ganze Zeit? Sky getroffen. Das ist feiermal. Sky getroffen. Hier wird gerade alles dicht geraucht, du. Geh mal, geh mal... Ja genau, geh mal hoch. Ja. Oder weg von der Tür auf jeden Fall. Ja. Fühlst du jetzt da hoch, Mann? Äh, wer ist hier? Ja, der ist hier drin. Nee, oben ist ganz schlechte Idee. Okay, bin wieder grün. Ja, verstanden. Aua! Bin ich verletzt. Ich auch. Wurde irgendwo von draußen angeschossen. Es war nicht der Kontakt hier drinnen. Banagier. Mhm. Ich banagier dich. Jo. Nimm dich nicht hin. Ah, da ist er. Der Penner. Ich hab ihn. Hast du ihn sehr gut. Ach, da oben ist noch einer. Aua. Ich komm hier durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Guck mal da, das nächste Gebäude. Jo. Zwei Tango's down. Aua. Oh Gott, das sind die anderen. Äh, die sind ein Haus weiter. Hast du noch Verbandsmaterial zeigt? Ja, 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 warte, ich schaue dich gleich. Okay. So verstanden. Aufrucken bitte zu uns. Wo kommt er jetzt hin? Äh, fireteam... fireball ist, äh, verletzt und nur Beschuss. Äh, so verstanden. fireteam 1 versucht zu euch zu kommen komm doch alles klar bin direkt hinter dir seid ihr hier? ne scheiße hier seid ihr aber alles klar Vorsicht direkt im Hof übernimm den mal direkt im Hof wo denn? geradeaus durch westlich vom Compound ach mein gott ich blindfisch headshot sehr schön gehts hier wieder gehts wieder? ja fireball ist soweit grün status alle? top 6 grün ich habe eben noch Kontakte die ich bekämpfen kann seidler grün da ist grün sind keine 100 Meter mehr weg dein ist grüner Rauch ich würde vorschlagen dass wir von hier aus durchlaufen oder? ja ja aber ist hier das Auto nicht das Auto in der FOB ist gerade ziemlich was los mit Rauchgranaten im FOB so sehen wir sollen wir mal auf naja scheiße ist auch kacke ja auf dem Dach kannst du nicht ich habe keine Sprenggranaten und nix mit eben ja ich habe aber einen Granatwerfer haha ja hast du noch Granaten dafür? Pomp hat Dinger rein? ja drei stück aber ich habe angst die Karre zu treffen ja ne das ist scheiße ja aber hier alle in dem Haus ist auch scheiße ja Sky und ich gehen dann wieder die Häuser weiter gut alles klar alles klar das zweite haben wir auch mhm ja lass uns mal noch ein stück weiter vorrücken ok die Häuser direkt nicht checken? ähm ich hab ich war schon oben auf dem Dach und hab die umlegenden Dächer hier gecheckt ja ok ok wir sind jetzt an der Moschee gut kein Sichtkontakt Mensch ein bekämpft ja ich hab einen ich hab zwei down positiv einer ist down zweiter ist noch unten noch äh alle Status warte mal ich seh den ah ne das ist ich hab da gut Fireball gehen seine Beine gucken durch die durch die jaja hab ich gerade auch gesehen äh Death Checker und Sky umgehen gerade die F.O.B. und versuchen den Außenraum zu clearen Nachwuchscheck alles klar alles klar alles klar so verstanden mhm erhebliche erhebliche Aufentwicklung im Norden vom Compound boah wo ist Sky getroffen ich geh raus geile ja ich bin hier ins Haus gegangen direkt neben dir ich bandagier mich und verarzt ich bandagier mich und verarzt mich okay Tango down sehr gut verarzt du dich boah da hat er mich voll erwischt ey okay ah ich bin verwundet scheiße meine Medikids gehen ja aus Team 1 wie schaut was okay ich bin wieder grün äh sind jetzt in unmittelbarer Nähe der F.O.B. und ja sehen nur grün-gelbe ach grün-blaue Rauchschwaden oh Kontakt hier oben down äh wir warten jetzt bis der Rauch weg ist und äh rücken dann in die F.O.B. vor so verstanden mhm verstanden äh bei uns tut sich nichts ähm ich werfe einen spontanen Sprint verstanden du siehst äh unsere Position auf der Karte richtig ich bin ich okay ja so verstanden äh Soundkontakt äh Audiokontakt mit Helikopter und ähm Dork bist du im Norden vom Compound auf dem Balkon Dork hat seine Position markiert auf der Karte okay wir springen jetzt zum Compound äh Richtung offene Tür mhm okay Fireball rüber sprint mit deinem Body Team so verstanden machen wir die ab dig ich die sie die 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 die